Hi, ich bin Stefan und ich zeige dir, wie du in Einzelaktien investieren kannst. Heute soll es einmal darum gehen, was viele Menschen falsch machen. Und zwar, es gibt ganz viele Menschen, die, wenn sie in Aktien investieren, immer nur auf den Preis schauen. Dazu habe ich euch mal wieder ein Zitat mitgebracht. Und das Zitat ist von Warren Buffett. Und das Zitat besagt, nicht der Preis einer Anlage ist wichtig, sondern der Wert. Das Problem ist, dass die meisten Menschen diese Aussage nie wirklich so richtig verstehen. Und wir denken immer, wenn wir an Aktien denken, zuallererst irgendwie an den Preis. Wir haben irgendwie im Kopf diese Charts, die rauf und runter laufen, die Preise, die damit verbunden sind. Und dann haben wir immer so Sachen im Kopf, wie heute ist der Preis um 5% gestiegen, um 3% gefallen. Und dann gibt es halt noch dieses Verrückte, diese ganze Finanzpornografie, die sich entwickelt hat, dass man halt einfach, dass dann immer Gründe gesucht werden, warum jetzt eine Aktie steigt oder warum eine Aktie fällt. Und das Problem ist halt einfach, was ich jetzt in diesen 15 Jahren, die ich jetzt an der Börse aktiv unterwegs bin, gelernt habe, ist einfach, naja, wenn die Aktien fallen, dann gibt es einfach gerade mehr Leute, die die Aktie verkaufen wollen. Und wenn sie steigt, dann gibt es halt mehr Leute, die kaufen. Aber das hat nicht immer zwangsläufig irgendwie einen Grund, der wirklich belegbar ist. Ja, also jetzt keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel die Arbeitsmarktdaten rauskommen in den USA, dann hat das natürlich einen Effekt irgendwie auf die Börse. Ja, und dann gibt es vielleicht an dem Tag gerade ein paar mehr Leute, die kaufen und da verkaufen. Aber es jetzt irgendwie darauf zu schieben, dass der Dow Jones um 2% gestiegen ist, weil jetzt die Arbeitsmarktdaten gut waren und die um 3% gestiegen sind, das ist totaler Wahnsinn, ja. Also lasst euch davon nicht irgendwie verarschen und kümmert euch wirklich darum, dass ihr wisst, was ihr kauft, ja. Und um zu wissen, was man kauft, muss man einfach schauen, dass man sich wirklich klar macht, welches Unternehmen steckt dahinter, wie groß ist der Anteil des Unternehmens, den ich bekomme. Also immer darauf schauen, wie viel Wert bekomme ich denn jetzt eigentlich für meine Geldanlage und ist es mir das wert. Also, wenn du dich dazu ein bisschen weiter informieren willst, schau doch vielleicht einfach mal auf meiner Website vorbei oder bei meinem kostenlosen Videokurs. Da erkläre ich dir genau das, wie du auf den Wert einer Aktienanlage kommen kannst. Also, ciao, bis morgen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.